Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer des Olympiateam Deutschland, der Zürich-Versicherung. Dieses Mal bei Vision Gold. Bob-Weltmeister Johannes Lochner. Der Oberbayer vom Königssee will in Pyeongchang Olympiasieger werden. Gut zwei Jahre später wird es laut in Tokio. Karate ist dann zum ersten Mal olympisch. Und schnelle Beine. Lisa Mayer gehört zur neuen deutschen Sprinter-Generation. Auch sie stellen wir vor in Vision Gold. Zwischen Watzmann Massiv und dem Grünstein liegt malerisch eingebettet der klare Königssee. Eine traumhafte Kulisse in Oberbayern. Wo andere Urlaub machen, ist er zu Hause. Bob-Weltmeister Johannes Lochner. 27 Jahre alt. Mitte Oktober treffen wir ihn in seiner Heimat. Das war ein echter Traum. Wir haben zwar nicht immer so schönes Wetter wie heute, aber wenn es mal schön ist und Sonne rauskommt, ist es echt einer der schönsten Flecke, die ich kenne. Hier am Königssee gibt es eine der modernsten Kunsteisbahnen der Welt. 1960 erbaut, damals eine absolute Neuheit. Auch heute noch fester Bestandteil des Weltkamp-Kalenders. Gerade mal einen Kilometer Luftlinie von der Wettkampfstätte entfernt ist Johannes Lochner aufgewachsen. Und lebt noch heute hier in dieser Postkartenidylle. Die Eltern Edith und Hans betreiben in Schönau am Königssee ein Elektrogeschäft in zweiter Generation. Sohn Johannes studiert in die gleiche Richtung und wird den Betrieb einmal übernehmen. Familie ist das, was mir den Rückhalt gibt von dem Ganzen. Wenn irgendwas nicht läuft, ich habe das beste Verhältnis, was man sich vorstellen kann, zu meinen Eltern. Die unterstützen mich in jeder Hinsicht und mit jedem Problem, auch wenn es noch so peinlich und noch so groß ist, kann ich zu meinen Eltern gehen und die sind immer für mich da. Der Bob-Sport und die Familie Lochner, das gehört schon lange zusammen. Vater Hans war früher Anschieber, dessen Bruder Rudi sogar als Pilotweltmeister und Olympia Zweiter. Trotzdem führt der Weg von Johannes nicht automatisch zur gleichen Sportart. Bobfahren kam dann eigentlich eher so zufällig. Ich habe mit 16 mit dem Leistungssport aufgehört vom Alpinen Skifahren, war dann zwei Jahre eigentlich nur mit Freunden Party machen, was man halt dann so macht in der Wuppertät. Und dann mit 18, 19 kam dann wieder irgendwie so, dass das fehlt einem was im Leben, dass der Leistungssport einfach abgeht. Und dann habe ich mich umgehört und dann hat meine Eltern natürlich gesagt und mein Onkel, jetzt gehst du mal zum Bobfahren, probierst du das, hitz dich mal rein. Ja, habe ich dann gemacht, erste Bobfahrt und von da an wusste ich genau, das ist es, das macht Spaß, das brauche ich und das will ich machen. Die Geschwindigkeit im Eiskanal hat es ihm direkt angetan. Entweder ist es Liebe auf die erste Fahrt oder ein Gefühl von einmal und nie wieder. Dazwischen gibt es nichts, sagt Lochner, der sein Herz direkt verloren hat. Er beginnt als Anschieber, wechselt aber schnell nach ganz vorne in den Bob. Ich will sehen, was passiert und ich will es einfach selber in der Hand haben. Und dann bin ich halt zwar auch schuld, wenn ich einen Bob umlege und habe auch die Verantwortung für die Jungs hinten drin. Aber das ist mir lieber, wie selber einfach nur drin zu sitzen und nichts machen zu können. Wir sind an der Bobbahn am Königssee bei einem der ersten Testtage mit dem neuen Olympiaschlitten. Das Material spielt eine große Rolle, kann das Zünglein an der Waage sein. Im Bobsport geht es um hundertstel Sekunden. Johannes Lochner achtet auf jedes Detail. Er ist im positiven Sinne ein Verrückter, bei dem ist immer was los, der kann die Finger nicht stillhalten. Und ja, dieses Wilde hilft ihm einfach dann auch in extremen Situationen, im Wettkampf, wo er einfach die Ruhe und die Lockerheit bewahren kann. Johannes Lochner ist sehr beliebt im deutschen Boblager, auch wenn man sich immer vor seinen Späßen in Acht nehmen muss. Das sind Aktionen, die nie bösartig bei ihm sind, sondern wenn, dann sind das meistens Scherze. Oder dann nimmt er vielleicht seine Mitfahrer oder die Trainercrew mal hoch. Und dann muss man einfach mal ein bisschen ernster mit ihm umgehen und mal ernster gucken. Anfang 2014 feiert Lochner erst sein internationales Debüt. Trotzdem kann sich seine Erfolgsliste schon sehen lassen. 2015 und 2016 wird er Vizeweltmeister im Zweierbob. 2017 dann der ganz große Triumph im großen Schlitten auf seiner Heimbahn. Johannes Lochner liegt in Führung, als Teamkollege Francesco Friedrich in die Bahn geht. Dann hat Franz einen kleinen Fehler auf der Geraden gemacht, hat dann quer geschoben. Und dann merkt man endlich, okay, jetzt wird es eng, jetzt wird es eng. Und dann war es wirklich so, dass von Zwischenzeit zu Zwischenzeit sind die Hundertstel weg. Und dann war unten Blau in der Anzeige. Und dann dachte man, Blau habe ich noch nie gesehen. Und das ist entweder Grün oder Rot und Blau. Und dann dachte man, das heißt Blau jetzt. Und dann waren wir halt wirklich tatsächlich dann laut Anzeigetafel bei der Weltmeister. Und also unbeschreiblich, dass die jetzt noch Gänsehaut hat. Das ist krass gewesen. Das gab es noch nie in der langen Geschichte des Bobsports. Der Weltmeistertitel im Vierer geht gleich an zwei Mannschaften. Die Siegerung war dann direkt hier vor Ort. Und wir standen dann da zu acht. Wir hatten überhaupt keinen Platz. Das war schon mal das Erste. Wir wussten dann auch nicht, wir haben den Pokal bekommen. Und wie halten wir den jetzt und hin und her? Also gab es eben noch nie. Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Der Etablierte und der Newcomer. Der Sachse und der Oberbayer. Der Franz und der Hans. Zwei, die mehr verbindet, als es bei Toppiloten im Bobsport üblich ist. Wir arbeiten zusammen. Wir tauschen auch Geheimnisse aus, weil das bringt uns gegenseitig vorwärts. Und dann müssen wir es im Endeffekt, wenn wir am Balken stehen, sind wir Konkurrenten. Und dann fahren wir es in der Bahn aus. Aber neben der Bahn super Verhältnis. Das Miteinander bei den beiden ist auf diesem Leistungsniveau so, wie ich es noch nie gesehen habe. Die beiden haben charakterlich da einen unheimlichen Draht zusammen. Normalerweise entfernt man sich dann, wenn der andere aufschließt. So wie im letzten Jahr Hansi Lochner. Aber die verstehen sich wirklich gut. Sprachliche Probleme gibt es auch nicht. Ich weiß nicht, ab und zu guckt er mich ein bisschen schief an. Und frage dann schon zwei, drei Mal nach, was ich jetzt gesagt habe. Aber es funktioniert schon ganz gut. Und umgekehrt? Ja, wir lächeln schon immer ein bisschen über seinen Dialekt. Nach den Trainingsfahrten entspannt sich Johannes Lochner mit seinen Anschiebern Mark Rademacher und Christian Rasp am Königssee. Erste Analysen des neuen Materials. Es sieht gut aus für die Olympiasaison. In Südkorea geht es für ihn um Gold im Zweier- und Vierer. Und um eine Familienangelegenheit. Mein Onkel war 92 Vize-Olympiasieger. Von daher muss ich Gold holen, dass ich der Beste bin in der Familie. Sonst muss ich mir das auch immer mein Leben lang anhören. Johannes Lochner gehört zu den Favoriten in Pyeongchang. Olympiasieger wäre er dann. Aber auch dieser Titel würde ihn nicht verändern. Den sympathischen Oberbayer vom malerischen Königssee. Es wird laut in Japan bei den nächsten Sommerspielen. Denn Karate wird erstmals das olympische Programm bereichern. Man sieht immer nur die olympischen Spiele alle vier Jahre im Fernsehen. Und jetzt endlich weiß man, ey, man könnte da vielleicht auch stehen. Für die Sportart ist die Aufnahme Gold wert. Die asiatische Kampfkunst ist in Deutschland noch recht jung. Erst vor 60 Jahren wurde sie hier eingeführt. Und übt seitdem auch bei uns ihre große Faszination aus. Die Karate ist vielseitig. Man hat immer mit Menschen zu tun. Man muss sich immer auf neue Situationen einstellen. Es ist schnelllebig. Es schult den Körper und den Geist. Und das finde ich so schön, dass halt jung und alt zusammenkommt. Man hat das Gefühl, man geht in einen Verein. Und das ist eine Familie. Also es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man einfach mal ausrasten kann. Und sich sonst immer beherrschen muss. Und dann einfach mal was rauslassen kann. In Bergisch Gladbach besucht Vision Gold die besten deutschen Karateker. Jonathan, genannt Johnny Horn, ist mehrfacher Europameister. Er gilt als Aushängeschild seiner Sportart in Deutschland. Wie schwer ist es, eine Technik in Karate zu verfeinern, zu verbessern? Ja, man denkt, es ist einfach oder es sieht von außen einfach aus. Aber das sind schon ein paar Tausende von Stunden, wo man doch damit arbeiten muss, um die perfekte Technik, auch natürlich die perfekte Technik für sich zu finden. Optimal zum Körper und optimal zu seiner Geschwindigkeit. Und ich würde sagen, das dauert schon ein paar Jährchen, bis man das mal optimal drin hat. Das bedeutet morgens und abends Training, jeweils 90 Minuten. Und das fast jeden Tag. Ein hartes Programm. Johnny ist 28 Jahre alt und schon lange dabei. Für ihn eher ein Vorteil in seiner Sportart. Mit dem Alter kommt auch die Weisheit, sage ich immer. Und weil man so lange auf dem Level gekämpft hat, kennt man auch gewisse Kampfsituationen, die die Jungen noch nicht so kennen. Die sind zwar natürlich wilder und affiner und wollen mehr, aber mit dem Alter kommt auch die Abgeklärtheit. Johnny, Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, studiert an der Sporthochschule in Köln. Möchte gerne mal Karate-Bundestrainer werden. Aber noch stehen die eigenen sportlichen Ziele im Vordergrund. Und gleich bei Vision Gold zwei der besten deutschen Karate-Kämpferinnen zeigen, für welche Aktionen es in ihrer Sportart Punkte gibt. Dazu besuchen wir eine der besten deutschen Sprinterinnen. Lisa Mayer, 21 Jahre alt. Sie studiert an der Universität in Frankfurt Germanistik und trainiert in Mannheim. Gleich geht's weiter mit Vision Gold, präsentiert vom offiziellen Versicherer des Olympia-Team Deutschland, der Zürich-Versicherung. Zurück bei Vision Gold und den deutschen Karate-Kämpfern. 2020 in Tokio wird die Sportart zum ersten Mal olympisch. Das verändert so einiges. Die Aufmerksamkeit steigt, die Anspannung auch. Denn alle wollen natürlich dabei sein, wenn es um die ersten olympischen Medaillen geht. Ähnlich wie Judo ist auch Karate eine Sportart, die Körper und Geist schulen soll. Respekt ist das oberste Gebot. Körperbeherrschung bei schnellen Bewegungen ist das Ziel. Es dauert sehr lange, unsere Kämpfer dort in einen funktionierenden Kampf zu bringen, weil es so schwer ist, jemanden maximale Geschwindigkeit und Aggressivität anzugreifen, aber nicht zu verletzen. Bei den olympischen Spielen wird es Karate-Entscheidungen in zwei Disziplinen geben. Kata ist die Kür. Das heißt, es gibt eine Form von bestimmten Bewegungsabläufen, die eingehalten werden muss. Die präsentiert man dann vor den Kampfrichtern. Ein Komitee ist einfach der Kampf gegen einen anderen Gegner, also der Zweikampf. Und da geht es darum, über die Zeit mit Punkten zu gewinnen. Punkte gibt es für angedeutete Schläge und Tritte. Jana Bitsch und Shara Hubrich, zwei junge Damen aus dem deutschen Nationalteam, zeigen, für welche Aktionen es Wertungen gibt. Erklärt wird die Demonstration von Bundestrainer Thomas Nitschmann. Als erstes werden wir jetzt eine Punkttechnik, die heißt im japanischen Jukko, werden wir sehen, eine klare Fausttechnik, die zum Kopf geht. Jetzt sehen wir eine weitere einzelne Wertung, auch einen Jukko. Eine Trefferfläche ist aber hier der Körper. Jetzt sehen wir die ersten Fußtechniken, die zwei Punkte bringen, die gehen auch dann in den Körper. Fußtechniken in unserer Sportart, die zum Körper gehen, werden mit Vasari bewertet und man bekommt dafür zwei Punkte. Nächste sind unsere Drei-Punkte-Techniken. Das ist natürlich sehr schwierig, die anzubringen. Wenn ein Fuß es schafft, zum Kopf des Gegners zu gelangen, erhalten sie drei Punkte. In dem Fall wunderschön zu sehen. Rot hat einen Angriffsversuch gestartet und blau hat die Bewegung direkt abgekontert. Das ist eine Standard-Konterbewegung bei uns im Sport. Des Weiteren gibt es bei uns auch Würfe. Es ist nicht nur so, dass wir Schlag- und Tritttechniken haben, sondern bei uns sind auch Würfe oder Fußfeger, besser gesagt, sind erlaubt, die auch mit einer großen Wertung, Ippon, bewertet werden, also mit drei Punkte. Es reicht nicht aus, dass die Technik nur bei uns im Karate am Körper ist, sondern die muss auch eine gewisse Form haben. Die muss eine gewisse Geschwindigkeit haben, sie muss eine Kraft haben und vor allen Dingen letztendlich nach der Technik muss der Kämpfer noch in einer Position stehen, wo er noch weiterhin kämpfen kann. Wir nennen das Sun-Shin. Die Ästhetik spielt eben eine große Rolle in dieser asiatischen Kampfsportart, die in Deutschland auch nach 60 Jahren immer noch nicht richtig Fuß gefasst hat. Ich finde, dass die Sportart Karate in Deutschland extrem untergeht, dass die meisten gar nicht wissen, was es ist und dass es auch kaum gefördert wird. Und von anderen Nationen, wie zum Beispiel Türkei oder Frankreich, da kriegt man schon mit, dass da bessere Förderungen laufen. Die Aufnahme in das Olympische Programm macht jetzt große Hoffnung auf mehr Anerkennung. Auch wenn die Konkurrenzsituation in Deutschland und auch weltweit spürbar zunimmt. Für mich ist das eigentlich nur Motivation. Also ich finde es gerade so schön, weil man weiß, das Niveau wird besser. Alle versuchen sich jetzt, wo Karate endlich Olympisch ist, probiert natürlich jede Nation, jeder einzelne Sportler noch mehr zu geben, noch besser zu werden. Die Qualifikation für Tokio ist schwierig. Bei den Weltcups gibt es jeweils fünf Gewichtsklassen im Komitee. Die werden bei den Olympischen Spielen auf je drei reduziert. Es wird ein langer Ausleseprozess, der schon jetzt beginnt. Das über zweieinhalb Jahre ist ein Mörderprogramm. Gut, da hilft Jammern nicht. Andere Nationen müssen das auch machen. Wir haben gute Chancen und wenn ich mein Team sehe, sage ich, werden wir mit drei, vier Leuten uns dort qualifizieren. Und dann soll es auch Medaillen geben in Japan. Sie freuen sich schon jetzt alle auf die Olympische Premiere. In knapp drei Jahren, wenn es laut wird, in den Hallen Tokios. Tokio 2020, wir kommen! Ja! In Frankfurt an der Goethe-Universität treffen wir auf eine junge Sprinterin. Zusammen mit ihren schnellen Teamkolleginnen steht Lisa Mayer für die neue deutsche Sprintgeneration. Bei der WM in London verpasste das Quartett nur ganz knapp eine Medaille. So eine wird doch bestimmt erkannt auf dem Campus. Naja, eher weniger. Das ist aber auch ganz gut so, dass man hier so ein bisschen anonymer ist. Ich meine, das ist ja auch eine Riesenuniversität mit, ich glaube, fast 45.000 Studenten. Hin und wieder passiert das natürlich mal, aber das ist eher die Ausnahme. Lisa Mayer ist erst 21, studiert im siebten Semester Germanistik und Geografie. Warum Germanistik? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss ehrlich gestehen, in der Schule hat mir Deutsch als Leistungskurs, den ich hatte, nie Spaß gemacht. Und ich fand es schrecklich. Und plötzlich habe ich mich für ein Germanistik-Studium eingeschrieben. Auch meine Eltern sind so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Aber ich habe gemerkt, dass mir, glaube ich, die Arbeit im Journalismus relativ viel Spaß macht. Und ich glaube, da ist Germanistik als Grundlage relativ gut geeignet. Schon früh plant und fährt sie zweigleisig. Aus gutem Grund. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass man von der Leichtathletik oder von vielen Randsportarten nicht sonderlich gut leben kann. Derzeit funktioniert alles gut. Ich kann mich gut finanzieren, aber für danach reicht es eben nicht. Und irgendwann ist ja der Sport auch mal vorbei und man will dann ja auch was machen, was einem wirklich Spaß macht, was einem Freude bereitet. Und da ist es eben ganz wichtig, sich schon frühzeitig ein zweites Standbein aufzubauen, um dann nicht nach dem Sport mit leeren Händen dazustehen. Lisa Mayer lebt in einem Frankfurter Stadtteil. Von dort geht es fast jeden Tag 80 Kilometer zum Training und zur Behandlung nach Mannheim. Pendeln für den größtmöglichen Erfolg. Nach einem perfekten Start in das Jahr 2017 mit einer persönlichen Bestleistung über 60 Meter in der Halle, macht im Sommer der Muskel zu. Auszeit. Eine schwierige Zeit. Er ist ja ein absoluter Profi in ihrer Einstellung und will natürlich immer die beste Leistung bringen. Und wenn man dann selber merkt, dass trotz Zutun, ein eigenes Zutun oder fremdes Zutun, die Heilung nicht so stattfindet, dass ich meine Leistung entsprechend abrufen kann, wird man schon unruhig. Und auf der anderen Seite muss man dann wiederum die Ruhe, die nötige Ruhe bewahren, um von dem Weg nicht abzukommen, den man bestreitet, zu sagen, du, wir bauen ein Defizit nach dem anderen ab und dann wird es schon sich wieder irgendwann einstellen, dass du zu deinem Erfolg kommst. Mit Christian Ziegler arbeitet Lisa Mayer seit einem Jahr zusammen. Es ist schnell ein Vertrauensverhältnis entstanden. Das vollständige Ausheilen der Verletzung lohnt sich. Bei der WM kann sie zumindest wieder mit der Staffel antreten. Mitte Oktober ist für die Sprinterinnen Grundlagentraining angesagt. In Mannheim wird viel für die Leichtathletik getan. Im Breiten- und im Spitzensport. Neben Lisa Mayer, die sich vor einem Jahr dieser Gruppe angeschlossen hat, trainiert zum Beispiel auch Nadine Gonska hier unter dem erfahrenen Trainer Rüdiger Haxen. Mit Gonska verbindet Mayer eine Freundschaft. Perfekte Bedingungen für die junge Frau, die erst spät mit elf ihre Liebe zur Leichtathletik entdeckt hat. Wann haben Sie denn das erste Mal gemerkt, dass Sie schneller laufen können als viele andere? Ach, das hat sich so dann mit 14, 15 immer mal wieder so gezeigt. Da hat man den ersten Erfolg auf Hessenebene gefeiert. Und ja, dann ganz überraschend habe ich mich für die U18-Weltmeisterschaften qualifiziert, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Ich habe da nicht drauf hintrainiert. Und da ist natürlich dann so ein Knoten geplatzt, wo man gesagt hat, hey, okay, ich glaube, da ist dann doch vielleicht ein bisschen mehr Potenzial. Ihr Potenzial kann sie in der neuen Trainingsumgebung noch professioneller ausschöpfen. Im März zahlt sich das mit Platz 5 bei der Hallen-EM schon aus. Ein starkes Ergebnis, denn Lisa Mayer gilt nicht als beste Starterin. Da hat man dann auch so zum ersten Mal gemerkt, dass vielleicht die neuen Impulse einem auch gut getan haben. Auch wenn vorher vieles gut gelaufen ist. Ich war vorher schon bei Olympischen Spielen. Aber eben, dass da jetzt noch sich ein bisschen was getan hat, dass man auch den richtigen Weg vielleicht eingeschlagen hat. Rüdiger Haxen hat für diesen Tag Zirkeltraining angeordnet. Schwitzen für die letzten Sekundenbruchteile. 11,14 ist Mayer letztes Jahr in Berlin gelaufen. Da fehlt nicht mehr viel bis zur Traummarke aller Sprinterinnen. Die 11 Sekunden, das muss einfach passieren. Man kann da nicht drauf hinarbeiten und man kann nicht sagen, so heute will ich unter 11 Sekunden laufen. Man muss in seinem Sprintflow sein. Das heißt, da muss schon viel passen, damit das funktioniert nicht. Desetrotz ist es irgendwann mal mein Ziel. Wann allerdings, da muss man realistisch bleiben und einfach gucken. Der Höhepunkt 2018 für Lisa Mayer wird die Heim-EM in Berlin sein. Nach ihrer Wunschschlagzeile für dieses Event gefragt, sagt sie, deutsche Sprinterinnen feiern Erfolge. Sie denkt eben nicht egoistisch, freut sich auch über gute Läufe ihrer schnellen Kolleginnen. Ich denke, dass der deutsche Sprint wirklich zur Zeit so unglaublich stark ist und dass da nicht nur eine Sportlerin heraussticht, sondern dass wir in der Breite so so stark sind, also in der breiten Spitze sozusagen. Und ich hoffe, dass da auch mehr als eine Medaille fällt. Eine sympathische Einstellung. Lisa Mayer ist mit großer Leidenschaft dabei. Sie macht sich keinen Druck. Obwohl sie am Ende im Rennen alleine dafür verantwortlich ist, wie schnell sie läuft, ist ihr der Teamgedanke doch extrem wichtig. Wie allen Sportlerinnen und Sportlern, die dieses Mal bei Vision Gold mitgemacht haben. Ich liebe den Sprint so, weil er trotz Individualsportart einfach verbindet. Man ist trotz allem ein Team, eine Gemeinschaft. Man erlebt so viele unglaubliche Augenblicke gemeinsam. Man muss schon kämpfen damit und das eigentlich ein bisschen ausblenden, dass man da noch drei drin hat. Natürlich darf man nie den Respekt verlieren vor der Sache, aber du hast einfach die Verantwortung für die Jungs. Und die können nichts machen. Wenn ich vorne schlecht fahre, dann müssen die leiden, weil ich einen Fehler mache. Ich liebe den Sport so sehr, weil da einfach jede soziale Schicht, jede Person aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen den weißen Gier anziehen und einfach eins sind. In dieser Reportage haben wir viele junge Sportler kennengelernt, die auf unterschiedliche Art und Weise mit Geschwindigkeit umgehen. Einen Bobfahrer, der versucht, die Geschwindigkeit zu kanalisieren. Karatiker, die versuchen, die Geschwindigkeit ihrer Bewegung zu kontrollieren. Und eine Sprinterin, die versucht, ihre Geschwindigkeit zu optimieren. Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer des Olympia-Team Deutschland, der Zürich-Versicherung. Einen Bobfahrer, der Zürich-Versicherung, der Zürich-Versicherung.